Musik Wir stehen heute hier und um ein ganz klares Zeichen zu setzen den Arbeitgebern gegenüber, dass die IG BCE, wenn es darauf ankommt, auch Zähne zeigen kann. Heute werden wir hier mit den 12.000 Beschäftigten im Rücken, die natürlich heute nicht alle da sein können, zeigen, dass wir zur Not mit den Füßen abstimmen, denn die Kolleginnen und Kollegen, die haben in der nächsten Tarifrunde ein vernünftiges Ergebnis verdient. Sie bringen sich hier jeden Tag ein und sorgen dafür, dass die Unternehmen ordentliche Gewinne machen. Chemiepark in Dormark ist ein ganz, ganz wichtiger Arbeitgeber, bietet sehr viele gute Arbeitsplätze und deshalb unterstütze ich die Gewerkschaften, die BBC bei ihrer Forderung nach mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten hier, weil sie einen wesentlichen Beitrag dazu beileisten, dass wir ein starker Wirtschaftsstandort sind. Die Kolleginnen und Kollegen spüren den Ausschwung in den Produktionsbetrieben und erwarten das jetzt auch deutlich in ihren Portemonnaies. Daher, liebe Arbeitgeber, seid nicht dumm, macht den Tarifabschluss mit uns. Wir sind auf jeden Fall kampfbereit und freuen uns auf ein gutes Ergebnis. Das war's.